Hallo und herzlich willkommen zur Einleitung des Spiels sowie der fiktiven Welt, das Schwarze Auge. Das Spiel ist ein klassisches Pen- und Paper-Rollenspiel und wurde seit der ersten Ausgabe 1984 stark verändert. Derzeit am weitesten verbreitet ist die Hardcover-Ausgabe der vierten Edition, welche inoffiziell aufgrund der Änderungen im Vergleich zur Erstauflage dieser Edition als 4.1 bezeichnet wird. Im August 2015 wurde die fünfte Edition, DSA 5, veröffentlicht. Zunächst einmal möchte ich das Spielprinzip erläutern. Das Schwarze Auge, kurz DSA, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das Ganze funktioniert so, dass ihr eigentlich nur Stift, Papier und Wüffel vor euch liegen habt. Hört sich erstmal sehr seltsam an, jedoch so funktioniert das Spiel vereinfacht erklärt. Ihr habt einen Heldenbogen, auf dem euer Charakter notiert ist. Das Ganze könnt ihr euch so vorstellen, dass ihr auf einem Bogen Blatt Papier verschiedene Werte für euren Charakter habt, welchen ihr in der fiktiven Welt das Schwarze Auge spielt. Bei DSA ist es so, dass die Handlung des Spiels komplett im Kopf stattfindet. Das heißt, ihr habt keinen Monitor oder ähnliches, auf dem das Spiel zu sehen ist. Sondern das Ganze findet eben in eurer Fantasie statt. Um euch das konkret zu symbolisieren, ist es so, dass an einem Spieltisch drei bis sechs Spieler sitzen, sowie ein Meister. Der Meister ist gleichzeitig Spielleiter, Entscheider und Regisseur des ganzen Spiels und richtet über die sämtlichen Ereignisse, welche passieren. Die Spieler sind die anderen Teilnehmer, welche die Helden am Spieltisch verkörpern. Zusätzlich sind sie die Protagonisten der Handlung. Die DSA ähnelt etwa einem Computerspiel mit komplett freier Entscheidung. Stellt es euch so vor, ihr seid in einer Welt, welche sich Aventuren nennt und erlebt dort verschiedene Abenteuer. Es wird euch im Prinzip vom Meister eine Geschichte erzählt, in die ihr frei eingreifen könnt. Es gibt verschiedene Nicht-Spieler-Charaktere, kurz NSCs genannt, mit denen ihr agieren könnt und sogenannte Aufgaben eben bekommt. Das Ganze wird euch dann vom Meister in einer hübsch verpackten Geschichte erklärt. Er sagt zum Beispiel, ihr seht jetzt dort vorne auf der Wiese eine Person, welche euch anschaut. Ihr geht zu dieser Person hin, das bestimmt ihr dann selber als Spieler und redet dann mit dieser Person. Natürlich existiert diese Person, mit der ihr da gerade redet, nicht wirklich, sondern der Meister verkörpert diese Person. Das Ganze ist also quasi ein Rollenspiel, welches komplett ausschließlich in eurer Fantasie stattfindet. Hört sich zunächst einmal etwas seltsam an, doch das Spiel hat wirklich einen ganz besonderen Reiz. Verschiedene Aktionen unternehmt ihr dann durch bestimmte Proben, die euren Charakter auszeichnen. Ihr würfelt dann etwa, ob ihr diese Proben besteht und könnt somit Entscheidungen im Spiel beeinflussen. Das Ziel ist es also, mit anderen Spielern möglichst gut zusammenzuarbeiten. Jeder Spieler in der Gruppe verkörpert einen anderen Charakter und hat verschiedene Stärken und Schwächen. Erst durch das bestimmte Teamwork in der Gruppe kommt es dazu, dass das Ganze funktioniert. In DSA gilt es beispielsweise, Rätsel zu lösen, im Kampf stark zu sein oder gesellschaftlich sich gut mit Leuten zu unterhalten. Beziehungsweise mit diesen gut zu stellen, damit bestimmte Missionen weitergespielt werden können. Somit spielt ihr in DSA nicht gegeneinander, wie man es oft aus verschiedenen Spielen gewohnt ist, sondern es ist so, dass ihr kooperativ zusammen in einer Gruppe spielt, um verschiedene Missionen zu lösen. Ihr seid quasi immer die Guten und kämpft meist immer irgendwie gegen das Böse oder versucht irgendwelche Hinterhalte sowie illegale Aktivitäten aufzudecken. Zusammenfassend finde ich, dass das Besondere an DSA eben das ist, dass ihr eigentlich so ziemlich alles machen könnt. In einem PC-Spiel ist es meistens so, dass ihr begrenzt seid. Beispiel. Eine Tür geht an einer Stelle nicht auf, weil sie im Spiel nicht einprogrammiert wurde. Beziehungsweise, was dahinter ist. In DSA ist es jedoch nicht so, denn der Meiste ist derjenige, der eben alles entscheidet. Er kann durch seine Improvisation eben alles machen. Dies bedeutet, man kann im Spiel so ziemlich überall hingehen, abgesehen davon, wenn es halt unrealistisch wäre. Sozusagen, kein Held wäre dazu im Moment dazu fähig, eine 100 Meter hohe senkrechte Wand ohne Griffmöglichkeiten hochzukletten. Trotzdem habt ihr besonders in Städten viele Möglichkeiten. Ihr könnt so viele Aktionen mit Nichtspielercharakteren machen, welche in einem vergleichbaren PC-Spiel eben begrenzt wären. Man sagt auch, dass die so ziemlich einzige Grenze in DSA die eigene Fantasie ist. DSA spielt in einer ganz besonderen Welt. Nämlich einer fiktiven und lebendigen sowie magischen Fantasy-Spielwelt. Das Setting von DSA ist an das Mittelalter angelehnt und entspricht so auch ziemlich dem. Demnach gibt es beispielsweise Ritter, welche mit Schwertern kämpfen, sowie übersinnliche Personen, welche Mage oder Geweihte genannt werden. Zusätzlich gibt es auch andere Rassen wie etwa Elfen oder Zwerge. Die ganze Welt von DSA nennt sich erstmal Deere. Diese umfasst vier Kontinente. Als erstes Aventurien. Auf diesem Kontinent finden die meisten Abenteuer und Handlungsstränge statt. Die weiteren Kontinente heißen Myranoa, Turia und das Riesland. In Aventurien gibt es ein paar größere Staaten, welche oft eine Rolle spielen, wie in etwa Al-Anfa, Aranien, das Mittelreich, Bornland, Horusreich oder das Kalifat. Jede Region bzw. jeder Staat umfasst andere Kulturen, Staatsformen und Landschaften, sowie Gesetze und andere Götter, an die geglaubt wird. Das Meinungsbild über Götter kann in verschiedenen Kulturen anders sein. Ihr seht gerade eine Karte, welche Aventurien zeigt. Wir haben hier landschaftlich so ziemlich alles mit dabei. Ganz oben im Norden haben wir eisige Flächen, in der Mitte vergleichbare Flächen wie in Mitteleuropa. Zusätzlich hat Aventurien natürlich Küstengebüte, eine Wüste im Süden, sowie ein Dschungel und Inseln ganz im Süden. Wir sehen, dass Aventurien zumindest einiges an landschaftliche Ideen bietet, welche man selbst als Charakter erforschen kann. Eure Helden befinden sich in dieser sehr großen Welt, in der es eine lebendige und fortlaufende Geschichte gibt. Eine große Rolle spielen die zwölf Götter in Aventurien. Diese sind Pryos, Rondra, Hesinde, Firum, Fex, Raya, Travia, Effat, Boron, Tsar, Pereine und Ingerim. Diese Götter sind sehr wichtig und spielen eine sehr große Rolle, denn ihnen werden verschiedene Attribute zugeordnet und sehr viele Aventurische Bürger sind auch göttergläubig. Beispielsweise glauben viele an den Sonnengott Pryos oder viele Krieger, je nachdem welches Attribut den Göttern zugeordnet ist, an die Kampfgöttin Rondra. Wissenbegierige Personen, wie beispielsweise Magier, sind eher der Sinde zugetan. Das Glauben an Götter kann in Aventurien echte Vorteile haben, denn es gibt schon manche, welche die Präsenz von Göttern sehr krass spüren. Dies bringt uns zu den Geweihten, welche in besonderer Art mit den Göttern verbunden sind. Sie können sogenannte Liturgieren wirken, die eben göttergefällig sind und somit auch Aspekte des Gottes widerspiegeln. Sie richten ihr ganzes Leben nach diesen Göttern aus und an sich gibt es viele Bürgeraventurien, welche eben sehr göttergläubig sind und dadurch viel spenden. Weil das Wirken der Götter lässt sich immer wieder in Aventurien erkennen. Den zwölf Göttern entgegen steht der Namenlose, also ein Widersachergott, welcher eigentlich nur alles Böse und Zerstörerische will. Man kann ihn also mit dem irdischen Teufel vergleichen. Wer sich mit dem Namenlosen einlässt, ist leicht ein dämonischer Paktierer und wird natürlich von der Gesellschaft ausgeschlossen und strafrechtlich verfolgt. Jeder normale Gott, der zwölf Götter, hat auch einen erzdämonischen Widersachergott, quasi einen Antigott. Diese Erzdämonen haben genau das gegenteilige Attribut. Nun komme ich noch einmal zu den Charakteren und den Helden. Die Generierung der Helden entsteht durch eine zufallsunabhängige Punktegenerierung. Proben in dieser werden mittels eines 20-seitigen Würfels, kurz wie 20, gemeistert. Es gibt verschiedene Eigenschaften, welche euren Charakter definieren, sowie in bestimmten Sachen besonders hervorheben. Diese sind Mut, Klugheit, Intuition, Charisma, Fingerfertigkeit, Gewandtheit, Konstitution und Körperkraft. Für komplexere Aktionen gibt es dann die Talente, welche unterschiedlich die oben genannten Eigenschaften als Würfelproben hinterlegt haben. Beispiel Artak der Zwerg sitzt in einer Wirtshausstube, ihm ist heute nach Feiern zumute. Er bestellt sich einen großen Krug Bier und stützt ihn in einem Zug hinunter. Der Meister verlangt von ihm eine Probe auf das Talent Zechen. Dem Talent Zechen sind die Eigenschaften Intuition, Konstitution und Körperkraft zugeordnet. Artak hat Intuition 12, Konstitution 14 und Körperkraft 16. Sein Zechenwert beträgt 7. Als erstes wird nun auf Intuition mit dem W20 gewürfelt. Das Ergebnis ist eine 17, sodass Artak schon 5 von seinen 7 Punkten verbraucht hat. Der zweite Wurf wird auf Konstitution ausgeführt. Das Ergebnis ist 4. Somit werden keine weiteren Punkte verbraucht und Artak hat immer noch 2 Punkte übrig, die er als Ausgleich für den dritten Wurf einsetzen kann. Der dritte Wurf auf Körperkraft ergibt 18. Artak verbraucht seine letzten beiden Punkte seines Zechenwertes. Diese Probe hat er gerade noch geschafft und der Konsum dieses Bieres hat noch keine negativen Konsequenzen für ihn. Andere Talente können beispielsweise Schleichen, Klettern, Schlösser knacken oder Überreden sein. Der Kampf in DSA funktioniert mittels Attacke und Parade. In einer Kampfrunde muss man also eine Attacke würfeln und anschließend einen Schlag parieren. Außerdem gibt es bestimmte Charaktere wie eben Magier, welche Zauber besitzen oder Geweihte, die eben Liturgien haben. Es gibt somit auch verschiedene Charaktertypen. Kämpfer, Magier, Geweihte, verschiedene Wissensprofessionen, Wildnis, Handwerk oder Reiseprofessionen. Je nachdem, was ihr euch vorstellen wollt, das liegt natürlich völlig frei, könnt ihr einen Charakter wählen, den ihr eben sehr bevorzugt. Außerdem gibt es verschiedene Rassen und Kulturen, welche ich eben schon nannte, wie etwa Zwerge, Elfen, Orks, Goblins und vieles mehr. Dies bedeutet, ihr seid nicht nur auf Menschen beschränkt. Beschränkt seid ihr auch nicht davon, wenn es um Regelsysteme geht, denn in DSA gibt es aktuell zwei ziemlich große, nämlich die Version 5, welche 2015 erschienen ist, sowie die Version 4, welche 2001 erschienen ist. Beide Regelsysteme bieten natürlich ein paar Vorteile. DSA 5 richtet sich besonders an Einsteiger und ist vom Inhalt noch begrenzter als die Version 4. DSA 4 ist abgeschlossen und somit hat man bei diesem Regelsystem eine Reihe von Quellen, Bänden, welche ihr euch durchlesen könnt. Somit könnt ihr euer Wissen über alle Bereiche ausgiebig erweitern. Der Nachteil zur Version 5 ist die etwas höhere Komplexität. Solltet ihr lieber DSA 4 spielen wollen, empfehle ich euch eher die PDFs zu kaufen, denn diese Version ist eben ein Auslaufmodell. Die Bücher werden nicht mehr nachgedruckt und sind deswegen teilweise vergriffen bzw. ziemlich teuer. Ein Link hierzu findet ihr in der Beschreibung. Um in DSA überhaupt loszuspielen, benötigt ihr aber auch noch ein Abenteuer, das vom Meister natürlich geleitet wird. Hierfür gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, welche ihr wählen könnt. Zum einen könnt ihr euch selber ein Abenteuer ausdenken, was meist auch erfahrenen Meister machen, wenn man schon ein paar Abenteuer gespielt hat. Die zweite Möglichkeit wären inoffizielle Fanabenteuer, welche im Internet frei verfügbar sind. Die dritte Möglichkeit sind die offiziellen Abenteuer von Elysses Spiele, den Hersteller von DSA. Zum Testen findet ihr zwei Links in der Beschreibung. Den Schnellstarterabenteuer jeweils zur Version von DSA 5 und 4. Ich habe eben von dem Charakterbogen gesprochen, wo wir eben unsere ganzen Werte eintragen. In DSA 4 sieht dieser folgendermassen aus. Im Prinzip sehen beide sehr ähnlich aus. Ihr tragt dort eure Werte ein. Von Vorteilen, Nachteilen, Talenten, Sonderfertigkeiten bis über zu der Lebensenergie, der Ausrüstung und den Namen stehen Felder zum Ausfüllen bereit. Links dazu findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Wie sieht es jetzt aus? Soll ich DSA online oder offline spielen? Was ist besser? Naja, das ist natürlich eine Gewissensfrage. Ich persönlich finde es besser, wenn man DSA offline spielt. Also quasi mit Personen am Spieltisch. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, wenn keine Personen für eine derartige Runde zur Verfügung stehen, eine Partie online über etwa Teamspeak oder Skype zu spielen. Dafür bietet sich besonders die Plattform Drachenzwinge an, weil diese einen eigenen Teamspeak-Server zur Verfügung stellen. Auf diesem Teamspeak werden Rollenspiele aller Art, hauptsächlich jedoch das Schwarze Auge, gespielt. Dort könnt ihr ohne großen Aufwand eine Proberunde mitspielen. Natürlich benötigt ihr auch ein Programm für sämtliche Würfelproben, wenn ihr nicht an einem Spieltisch sitzt. Ich empfehle hierfür die Plattform Roll20. Hier werden sämtliche Würfelproben den anderen Mitspielern sowie dem Meister gezeigt. Zusätzlich können dort Bilder und Dateien hochgeladen werden, welche ebenfalls alle Mitstreiter sehen können. Das Forum Orkenspalter.de bietet auch noch zusätzliche Hilfen für Neulinge sowie erfahrene Leute. Dort werden oft Fragen zu regeln und vieles mehr zeitnah beantwortet. Das Wiki Aventurica ist ebenfalls sehr zu empfehlen. Dort gibt es viele Informationen, welche jederzeit dank praktischer Suchfunktionen nachgeschlagen werden können. Sämtliche Angaben verweisen dort gleichzeitig auch auf die jeweiligen Regelwerke und Bücher von Ulysses Spiele. Das war jetzt ein kurzer Überblick über das Spiel Das Schwarze Auge. Wenn ihr weitere Videos zu diesem Thema sehen wollt, könnt ihr dies gerne unter der dementsprechenden Rubrik in meinem Kanal tun. Zum Thema Das Schwarze Auge sind folgende Projekte geplant. 1. Vertonung Buch zu Hörbuch von Das Schwarze Auge Romanen 2. Videos von Offline-Runden am Spieltisch von der Erstellung des Charakters bis zum Abschluss des Abenteuers 3. Let's Play der Nordland Trilogie 3. HD-Version Neuauflage 4. PC-Spiel 4. Let's Play des PC-Spiels Satin aufs Ketten sowie dessen Nachfolger Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr dies gerne in den Kommentarbereich schreiben. Selbstverständlich freue ich mich über ein Abo und falls gewünscht, könnt ihr euch über die Glocke immer informieren lassen, wenn auf meinem Kanal ein neues Video online geht. Somit wäre alles gesagt und ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Mögen die zwölf Götter mit euch sein!